Ja, irgendwann mal dann, auf einmal habe ich ein Bild zugeschickt bekommen. Und dann dachte ich mir auch so, erst habe ich so hingeguckt und dachte mir, nee, das kann. Aber dann wie so ein Blitz, ich so, doch, doch man, das sind echt die Bilder. Pietro und Sarah Lombardi am Tiefpunkt ihrer Ehe. Nach der öffentlich aufgeflogenen Sexaffäre mit einem Ex-Freund ist ihr Ruf komplett ruiniert. Vor laufender Kamera versucht sich Sarah jetzt für ihr Handeln zu rechtfertigen. In der vermeintlichen Lombardi-Traumehe soll es seit vielen Monaten gewaltig kriseln. Aber in der Zeit, wo er mir das Gefühl gegeben hat, dass ich ihm egal bin, da habe ich einfach jemanden gebraucht, der mir zuhört und jemand, der für mich da ist. Wie und ob Pietro auf diese Tränen reagiert? Heute Abend um 21.15 Uhr bei RTL 2.